Hallo, mein Name ist Simon Ebert. Ich arbeite als Ingenieur in der Anwendungstechnik bei Husker Synthetik. In diesem Videocast möchte ich Ihnen gerne die Anwendungen von geotextilen Baustoffen für den Rohrleitungsbau vorstellen. Pipelines bzw. Rohrleitungen werden zur Förderung unterschiedlichster flüssiger oder gasförmiger Stoffe verwendet. Bei diesen Stoffen kann es sich beispielsweise um Erdgas, Trinkwasser oder Abwasser handeln. Da die Definition einer Rohrleitung inhäglich bekannt ist, möchte ich diese im Rahmen dieses Videocasts nicht weiter vertiefen. Vielmehr möchte ich den Bau einer Rohrleitung detaillierter erläutern, da dieser einige Herausforderungen bereithält, für die es nachhaltige und clevere Lösungen gibt. Diese möchte ich Ihnen im folgenden Schildern. Starten werde ich an der Sohle des Rohrgrabens, um mich dann Stück für Stück an die Oberfläche vorzuarbeiten. Je nach anstehendem Boden bedarf es einer gesonderten Bettung des Rohres, um insbesondere die differenziellen Setzungen zu unterbinden und das Rohr gegen Beschädigungen zu schützen. In Abhängigkeit der Anforderung kann diese Bettung mittels eines geotextilen Bettungspolsters erfolgen. Vorteile sind die dadurch in der Regel geringere Aushubtiefe des Rohrgrabens und die Möglichkeit der Anwendung auch bei sehr weichen Böden. Ein Bettungspolster wird vorzugsweise aus einem Komposit hergestellt, welches aus einem Geogitter und einem Fließstoff besteht. Auf die Vorteile eines Komposits gehe ich in der folgenden Anwendung detaillierter ein, in der ich Ihnen die Lösungen für die Ballastierung und Auftriebssicherung aufzeigen möchte. Rohrleitungen führen oftmals durch Gebiete mit einem hohen Grundwasserstand und kreuzen in der Regel in ihrem Verlauf auch Gewässer. Daraus resultiert die Notwendigkeit, die Rohrleitung gegen Auftrieb zu sichern. Um Rohrleitungen gegen Auftrieb zu sichern, müssen diese durch entsprechende Maßnahmen lagestabil im Rohrgraben gehalten werden. Die Auftriebssicherung von Rohrleitungen erfolgt in der Regel durch Ballastierung. Zur Ballastierung eines Rohres kann die sich oberhalb und seitlich des Rohres befindliche Bodenzone aktiviert werden. Dazu wird diese in ein Geotextil eingepackt und liegt anschließend wie ein Sattel auf dem Rohr auf. Diese Anwendung kommt vorzugsweise bei Rohren oder Tanks mit Durchmessern größer als 1,50 Meter zum Tragen. Zum Einpacken des Bodens sollte je nach Bodenart idealerweise ein Komposit aus einem Geogitter und einem Fließ gewählt werden. Durch das Komposit wird verhindert, dass der eingehüllte Boden infolge von Umlagerungsprozessen aus der Ballastierung entweichen kann. Bei der Bemessung der erforderlichen Zugfestigkeit sowie der Auswahl eines geeigneten Komposits unterstützen wir sie gern. Eine weitere Möglichkeit bietet die Ballastierung aus Beton. Der Vorteil des Einsatzes von Beton ist in diesem Fall die gleichzeitige Funktion als mechanischer Schutz der Rohrleitung. Die Betonballastierung kann dann entweder analog zur Aktivierung der Bodenzone oberhalb des Rohres omega-förmig auf dem Rohr liegen, was in der Regel eher für den nachträglichen Einbau bei In-Situ-Rohrleitungen zur Anwendung kommt oder aber als Rohrummantlung ausgeführt werden. Die Ummantlung der Rohrleitung erfolgt vor Einbau der Rohrleitung um die gesamte Rohraußenhülle. Zur Schalung des Betons kann eine textile Betonmatte eingesetzt werden. Das textile Schalungssystem besteht aus zwei geotextilen Lagen, die in regelmäßigen Abständen miteinander verbunden sind. Die Verbindung der zwei Lagen erfolgt durch vertikal angeordnete Stegbänder. Über die Länge der vertikal angeordneten Stegbänder wird die anschließende gleichmäßige Betondicke erzielt, die zur Auftriebssicherung oder dem mechanischen Schutz der jeweiligen Rohrleitung erforderlich ist. Mögliche Betondicken für diesen Anwendungsfall liegen zwischen rund 7 und 30 cm. Die Betonmatte wird als Rohrummantlung konfektioniert, sodass diese auf der Baustelle nur noch um die Rohrleitung gelegt werden muss und durch das Schließen eines Industriekreisverschlusses befestigt wird. Bedingt durch den textilen Charakter der Matte kann dieses System auch problemlos in Kurven oder Bögen angewendet werden. Vor dem Einfüllen des Betons sollte das Rohr entsprechend der gewählten Betondicke aufgebockt sowie eine temporäre seitliche Stützung hergerichtet werden. Die Stützung kann zum Beispiel durch Sandsäcke, Erdwelle, Holz- oder Stahlelemente erfolgen. Im Anschluss daran wird der Beton über die integrierten Einfüllstutzen eingefüllt. Dazu bedarf es eines ausreichend fließfähigen Betons. Als vorteilhaft haben sich selbstverdichtende Betone mit einem Setzfließmaß von mehr als 630 Millimetern erwiesen. Hierbei wird der Beton bzw. der Mörtel mittels konventioneller Pumptechnik in das Innere der textilen Schalung gepumpt. Aufgrund seiner flüssigen Konsistenz breitet sich der Beton gleichmäßig in der Matte aus. Sobald die gewünschte Füllhöhe bzw. Betondicke flächendeckend erreicht ist, ist die Installation abgeschlossen. Charakteristisch für das System ist der schnelle Baufortschritt. Die Befüllung einer 5 Meter langen Ummantlung dauert bei entsprechender Betonqualität weniger als 10 Minuten. Ein weiterer elementarer Vorteil der textilen Schalung ist der einfache Unterwassereinbau. Das Einheben der Rohrleitung erfolgt nach Aushärten des Betons, zum Beispiel mit Zeitbooms oder anderem geeigneten Hebegerät. Die Anwendung der textilen Rohrummantlung beeinträchtigt den katholischen Korrosionsschutz eine Rohrleitung nachweislich nicht. Alle Vorteile der soeben vorgestellten Betonmatte lassen sich übrigens auch in der indirekten Abdeckung einer Rohrleitung vereinen. Diese kann beispielsweise bei nachträglichen Gewässervertiefungen erforderlich werden, wenn die erforderliche Überdeckung einer durchs Gewässer verlaufenden Rohrleitung nach der Gewässereintiefung nicht mehr gegeben ist. Bedingt durch den problemlosen Unterwassereinbau wird die vorkonfektionierte Betonmatte im Anschluss an die Eintiefung oberhalb des Rohres flächig auf die Gewässersohle ausgelegt und mit Beton befüllt. Bereits einlagig sind somit Betondicken von bis zu 58 cm zu realisieren, wobei der Schutz gegen Ankerfall nachweislich schon bei einer etwas geringeren Betondicke von 20 cm gegeben ist. Der Schutz einer Rohrleitung gegen Kratzer oder Beschädigung der Beschichtung kann durch die Umwandlung der Rohrleitung mit einem Schutzfließstoff erfolgen. Auch durch die Anwendung eines Schutzfließstoffes wird der katholische Korrosionsschutz nicht beeinträchtigt. Mit der Vorstellung der Möglichkeit der Installation eines Rohrwarnschutzes möchte ich den Rohrleitungsgraben thematisch verlassen. Ein Rohrwarnschutz wird im Zuge des Verschließens des Rohrleitungsgrabens in entsprechendem Abstand zum Rohrscheitel über die gesamte Länge der Rohrleitung eingebaut. Die Verwendung eines hochzugfesten und somit sehr widerstandsfähigen Geogitters in Warnfarbe schützt die Rohrleitung zuverlässig gegen unbeabsichtigte Beschädigungen, beispielsweise im Zuge von Bauarbeiten oberhalb der Trasse. Neben dem Rohrleitungsgraben und der Rohrleitung selber gibt es noch weitere Herausforderungen auf einer Rohrleitungsbaustelle. Da insbesondere die Trassierung über regional verlaufender Rohrleitungen nicht selten durch unbesiedeltes Gebiet erfolgt, muss zum Bau oder der Instandsetzung und Wartung der Rohrleitungen ein entsprechender temporärer Zugang parallel zu dieser geschaffen werden, welcher auch von schwerem Gerät genutzt werden kann. Um diese Baustraße möglichst rückstandsfrei wieder rückbauen zu können und um die erforderliche Tragschichtdicke möglichst gering zu halten, bietet es sich an, diese entsprechend auf einem Geotextil aufzubauen. Je nach Gelände kann auch eine Böschungssicherung oder ein Erosionsschutz erforderlich werden. Die Böschungssicherung kann ressourcenschonend als bewährte Erde ausgeführt werden, womit sogar Böschungsneigungen von 90 Grad realisiert werden können. Der Erosionsschutz kann mit einem Erosionsschutzgitter ausgeführt werden, durch das die Integrität der Böschungsoberfläche auch bei zum Beispiel kurzzeitiger Überströmung gewährleistet wird. Ferner müssen bestimmte Peripheriebauwerke, wie zum Beispiel Verdichterstationen, in regelmäßigen Abständen angeordnet werden. Daher kann die Gründung des entsprechenden Bauwerks auf weichem Untergrund erforderlich werden. Diese kann unter anderem mittels Sandsäulen aus Geotexten erfolgen. Abschließend möchte ich noch eine sehr einfache Möglichkeit vorstellen, den Umwelteintrag von Schmier- und Kraftstoffen auf Baustellen mit Hilfe von aktiven Geoverbundstoffen zu verringern. Baumaschinen werden in der Regel vor Ort getankt und nach Möglichkeit auch dort gewartet. Um den darunter liegenden Boden gegen das Eindringen von Verunreinigungen und insbesondere gegen Schmier- und Kraftstoffe zu schützen, kann unterhalb dieser Bereiche ein befahrbarer, aktiver Verbundstoff verlegt werden. Dieser Verbundstoff mit einer Ölaufnahmekapazität von bis zu 7 Litern pro Quadratmeter bindet die Schmier- und Kraftstoffe und verhindert somit ein Eindringen in die Umwelt. Zusammenfassend lassen sich folgende Vorteile für die Anwendungen geotextiler Baustoffe im Rohrleitungsbau festhalten. Differenzielle Setzungen können mit geotextilen Betonpolstern ausgeglichen werden. Auftriebssicherung kann durch die Aktivierung der seitlichen Bodenzone mittels eines Komposites oder mittels geotextiler Betonmatten erfolgen. Auch für äußeren mechanischen Einwirkungen können Rohrleitungen mit Schutzfließstoffen oder Warnschutzgittern geschützt werden. Summa summarum können Baumaßnahmen mit der Hilfe von Geotextilien schneller und sicherer durchgeführt werden und auch die Umwelt kann während der Bauarbeiten geschützt werden. Ich hoffe, diese Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Höskerlösungen interessiert sein, informieren Sie sich doch bitte auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gern persönlich. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu beraten.